wo ist das aktiven emission festlegen dem weg der kreuzer folgen ist das dann muss ich noch ein paar verstoßene finden die waren ja eigentlich irgendwie alle in der stadt was heißt ein paar einer fehlt noch meint das ist hier so Hm-mm. Vielleicht ja da hinten. Das sah nur nach Gold aus, ist es aber nicht. Das sieht aber nach Gold aus. Was ist da oben eigentlich? Eine Feder. Ob es hier irgendwo noch weiter geht? Bei den Wasserfällen ist ja hin und wieder mal was hinter den Wasserfällen. Sieht aber nicht so aus. Ne, da kann ich schon nicht mehr rein schwimmen. Unsichtbare Wand. Vielleicht haben sie Mission auch einfach nicht fertig programmiert. Und gedacht, naja, das fällt den Leuten sowieso nicht auf. Sofällig was gefunden. Ach ja. Ja. Ich will mal spaßeshalber die Verstoßenen aus. Aber da kriege ich auch nichts. Das kann also wahrscheinlich überall sein. und deswegen kriege ich da keine Anzeige, auch wenn das markiert ist. Ah, die waren ja eigentlich, die Verstoßenen waren eigentlich immer im Dorf. Die Rede nur, wenn ich mich Schlangenwache ausfinde. Ach, die Lobhudel bestimmt nur über diesen Clan da. Ja. 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 Deine. Ja. Ja. Das ist ganz practitioners. Oh ja, bisschen. Ja. Ja, bestimmu Fliege. Ja. 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 Das ist000leflyen. Ja, war ich auch schon. Ja, ist ein Grüner. Soll ich doch, dass man den Schlangen machen ausschaut? Wo ist denn der Lager, wenn man meins braucht? Wo bin ich denn hier? Da an der Ecke. Da gibt es ein Lager. Ich glaube, die sind schwer zu erreichen. Das ist einfacher. Tempelviertel. Ja, wie man es macht, macht man es falsch. Das ist ein Mensch, ne? So, da ist auf jeden Fall noch was. Da gibt es schon den Text. Der badet den ganzen Tag. Das ist so furchtbar. Das ist so furchtbar. Schumack wurde mit seinem eigenen Lina geträttet. Woher kennst du Schumack? Das ist so furchtbar. Neue Quiz. Mord aufklären. Vielleicht darf ich ja durch, wenn ich den Mord auch geklärt habe. Tja, wie soll ich den Mord aufklären? Mit den Tränen. Irgendjemand hat irgendjemanden umgebracht und ich kenne keinen von denen. Da ist etwas. Da ist etwas. Wo ist etwas? Wo denn Lara? Der ist jetzt grün. Wollen wir den nochmal? Das war er. Das war er. Lass jetzt den Ruf der Trauer erklingen, der ihn ins Jenseits führt. Ja, auch. Ich spiele. Ich spiele. Stell dir vor, im eigenen Heim ermordet vom eigenen Diener. Jetzt ist es ruhig. Tritt ein. Wie ist das passiert? Als wir ankamen, stritt Schoko in die Herde des Hauses mit dem Diener Taruka. Schumack lag tot zwischen ihnen. Taruka war voller Blut. Hat Schoko den Mord gesehen? Nein. Sie kam vom Markt nach Hause und fand Taruka über Schumack gebeugt. Hat Taruka gestanden? Er sagte, er sei unschuldig. Aber nun bist du hier, Au. Kaum jemand lügt, wenn die Götter hier prüfen. Hm. Wenn er gesteht, sprich mit Paka in dem Ermittler. Er ist oben bei der Leitung. Oh, Au. Bitte sei gnädig. Ich habe meinen Herrn nicht getötet. Ganz ruhig, Taruka. Sag mir, was passiert ist. Ich kam von der Feldarbeit. Hörte ein lautes Geräusch wie ein Tor, das zufällt. Sie lief los und hat Schumack in seinem Blut. Ich wollte den Blut umstatten. Aber war jetzt tot. Warum sind deine Hände blutig? Au. Bitte glaub mir. Ich komme wieder, wenn ich noch Fragen habe. Tja. Ich könnte vielleicht besser den Leuten doch nicht zu helfen, hm? Oh, wir sind hier nicht mehr im Mittelalter. Mua. Die Zeugen befragen. Geile Frisur, oder? Ich werde das mal auf dem Markt. Du warst von vorne. Du warst also auf dem Markt. Hier mit Agner. Ich wollte Pocketschuk machen. Das ist ... war Schumach Lieblingsgericht. Agner? Eine meiner Lehnerinnen. Was passiert da, als du heimkampst? Ich fand Taruka in der Küche. Über Schumach Geräusch. Seine Hände waren voller Blut. Ich schrie und die Wachen kamen. Hatte er eine Waffe? Hast du ein lautes Geräusch gehört, als du kamst? Nein. Was war mit Agner? Was soll mit ihr sein? Sie war bei mir. Sie hat mich zu Magen und zurückgegleitet. Wo ist sie jetzt? Sie sieht gut aus. In ihrem Zimmer. Es war ein Schatz für sie. Ich werde mit ihr reden. Aber, ja, natürlich. Wie du wünschst, auch. Was hast du gefunden, Parker? Frumack wurde mehrfach in den Hals gestochen. Die Waffe war spitz und sehr scharf. So wie ein Pfeil oder ein Messer? Was ist auch wahr, jetzt ist es weg. Wir haben den Raum durchsucht. Dann hat der Mörder die Waffe mitgenommen. Darf ich mir die Leiche ansehen? Natürlich. Wir mögen die Götter dich sehen lassen, was ich nicht sehe. Auf dem Boden sind Blutspuren. Das krieg ich nie sauber. Ich muss. Ich hab's versprochen. Hallo, Agna. Au. Vergib mir, ich dachte, du wärst die Herrin. Kann ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Lässt sich das Tor öffnen? Das Tor? Nein, nein, nein. Es ist kaputt. Es ist schon kaputt seit sehr langer Zeit. Agna. Ich werde einen anderen Weg finden. Ach, da war ich doch schon drin. Naja, da musst du dich außen rum. An der Seite kommen. Mach doch mal, da ist Licht an. Wie soll ich denn da hier autopsieren? Man sieht ja ja nichts. Was ist denn das? Ja, da muss ich hier hochkommen. Dafür hab ich nicht genug Platz. Da ist doch die Agna. Noch mehr Blut. Jemand wollte das wegwischen. Hier muss schon mal getötet worden sein. Hm. Ich kann nur langsam durchgehen und gucken, ob irgendwann nix ist. Du wirst von nicht mehr mit mir reden, hm? Ja. 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 Ich muss sie jetzt noch einmal rum um und sie dann von der anderen Seite nochmal fragen. Das wäre ja albern. Hier ist anscheinend vor kurzem etwas passiert. Wir machen uns direkt auf kurzer einらい herum. Nein. Ich trat, wache. Wie näher. Dieses Messer könnte niemand sonst sein. Ich lese zurück. Du musst dieses Messer sagst, wenn es paar Sachen gibt, bekommt die Schwierigkeiten. Sie sind Schwierigkeiten. Bitte, au. Nicht weiß wenn der, Blockstums irgendwas zu stößt. müsste arbeitslos findest du anders arbeit schoko Oho, Lade! Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Ich weiß auch nicht! Da bin ich schuldig. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! I-Mail ist klar. Der Schuhe ist kein Fehler! Keine Anlage istases Totalmobilien, aber das ist außerhalb von der Schuhe. Ich weiß nicht! Das decomisierte Einen! Oho, das war eine neue Anlage! So kann man nicht erinnern! Herr, ich habe die Matwochen da schon gefunden. Das ist doch unlogisch. Eigentlich muss ich nur, da ist alles schon geklärt. Aber die zur Rede stellen...